Und somit willkommen zurück zu Jurassic Park Operation Genesis und es freut mich dass die Parks bei euch so gut ankommen und was ist denn ja was ist denn hier läuft es aus nur 23 Prozent Flaming Clips is now founding nothing founding nothing das wollen wir ändern Flaming Clips Flaming Clips ding 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 1 1 1 geben wir noch 1 geben wir noch ihr werdet er auch aus dem Ziel der Vorsorge aus dem will ich will die Lobos aus ja ja Jut Jut allein noch was auf dem Schiff anwes hat doch mal das ab um nee 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 nein 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 leck mich habe ich sie schon verkaufen 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 was machen wir mit dem kohl mit dem kohl mit dem kohl jeder deutsche lehrer hätte seine wahre freude an mir was ich einen schon lange 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 mit mal konkurrenten die mir kommt gerade nicht die mir kommt gerade nicht was ich schon lange tun will ist endlich mal schauen wie ich hier den verkackten alarm auslösen kann ich weiß dass man das kann das sollte eigentlich das hier sein aber ist es das wer weiß ich gerade überlegen tue ob ich hier was anders machen tue denn irgendwie stört mich dass es hier eigentlich stört es mich doch nicht doch eigentlich stört es mich dass man hier nicht einfach so ich glaube ich mache mal einfach so plass dich immer an der strasse ein weg so ja genau und natürlich auch küssel kübel ja ich weiß nämlich dass ihr schmutzig seid ihr leute ja und noch punk 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 ich sage punk oder punk дисpralk punk gugd ist das geil gut nein ich will noch nicht kann sein die lofosaurus länge 7 meter natürlich hat man ja gesehen also ich muss das mal beerdigen die lofosaurier im echt die waren etwa drei meter groß dann stimmt das schon aber die die man im film gesehen hat schon essig park ich denke den hat er schon gesehen der war natürlich nicht so groß also ja finktion wir verkaufen spinnst du kann ich den murmel in der tasse okay ich glaube wir können mal was erforschen wieder aber es ist schon dabei okay ich habe ja nichts gesagt ich habe ja nichts gesagt okay wir haben ein bisschen die vernutzen abtoren beobachten hey wer sagt das der pennt der ach das ist das alpha tier 40 prozent ach der ist so schnell damit okay pennt doch und die kuh da die mit haben doch aufgefressen frisst du die jetzt auf? frisst du die? frisst du die? frisst du die? dein guter Dino ja genau ah du machst es so gut dahinten sieht man den arsch des plastiksauriers was machst du jetzt was macht denn der ich liebe das in diesem spiel was soll das? was? wieso? hä? mann haben die keine lebenserwartung oder was? ach die nur attacke beaucoup er lebt noch der lebt noch Der lebt noch, ja. Aber der ist grebiert! AHHHHHHHHH! Der Krakon Cantosaurus hat mir... Den Parasaurlofus getötet! Du Sau, du. Du Sau. Alimimus! Extrauern! Denn ich werde nicht Alimimus als Parasaurlofusersatz. Denn... ja. Sonst gehen wir die Parasaurolophus ein. Hier nochmal Torosaurus. Nein, nicht Torosaurus, Parasaurolophus. Die wiederherstellt. Was ist denn? Kann es sein? Lass die mir hier hinter die... Scheibenkreist, ey! Du blöde Sau! Wer ist mir nicht die Torosaurie? Ah, ich glaube ich muss das anders machen. Ich glaube ich muss das anders machen. Garnimus! So 45%! Geil! Ist das schon mit der bereit hier? Ja. Nein! So. Und noch ein Torosaurus. Ja! Wie lösen wir denn das Problem? Wie lösen wir nur das Problem? Also eigentlich sind ja die zwei Zäune hier... Moment mal jetzt, äh... Ich habe mich gerne gesehen mit Gerda. Tötet. Was macht ihr eigentlich? Ihr Dödel. Äh... Nein, ich will hier was anderes sehen. Summer Week! Nein, nicht Summer Week! Oder's! Nein, nicht Oder's! Ähm... Ich gebe ganz schön Gummi! Ah, ich liebe... Ich liebe dieses Spiel! Ich liebe es einfach! Ich könnte in Stunden an den... Saurien zuschauen und es kommen noch viele mehr! Also... Ihr könnt euch wirklich auf was freuen! Also wäre ein klein wenig was mit... Schleswig Pack anfangen kann... Wird hier! Auf seine Kosten kommen... Hi! Geil! Das... Verspreche ich euch! Das verspreche ich euch! Und ein Versprechen von mir! Let's bleiben! Was bedeutet was ist denn? Ah gut, 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 gut... Dann kommt noch die nächste dran... Zicken! 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 Keine Ex-Freundin wird hier ange... ...forscht! Ah! Ich hab schon die Kamera! Nein! Ähm... Ich will ja schon lange was schauen! Ich will schon lange nicht... Ah, jetzt halt doch mal den Sappel! Ah! Okay! Ja! Wir können den! Entschuldigung! Wir können den Blüten! Scheiße! Ist das geil! 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 Eigentlich will ich hier was... Ähm... Nachschauen! Large! Small! Was brauchen eigentlich die? More! Ähm... Medium! Medium! Ah! Wir haben ja Medium! Okay! 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 Ich hab nichts gesagt! Aber ich hätte jetzt zu gerne... Einfach mal... Ich frag mich gerade ob wir hier... uns erlauben können... Vertragen sich wohl... Nein! Ich glaub das Gehege hier ist zu klein... Ich frag mich nur... Nee! 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 Wenn ich nicht die... Ach ja, geh doch saufen du Sau! Ich frag mich nur gerade ob wir die Jelennen... Vorsaurier... Profisorisch mal... Rein... Brütend sollen... Oder ob wir dafür... Das bringt ja eigentlich nichts. Kamarosaurus! Kamarosaurus! kamarosaurus nein ich will eigentlich möchte ich ja wisst ihr was wir machen jetzt so nein nicht so Info Ankyloparchie Tyrannosaurus Seite B will ich da noch hier gefällt mir nichts Cerato nein Hallo Brachio ich glaube es haben wir ja mal Zeit für einen Pflanzenfresser Brachiosaurus das nächste glaube ich wird hier hier wie heisst das Tentaguru Bett ok Wohannosaurus und Spinosaurus Karkara sind alle so blöde Saurier nicht blöd aber ich will sie nicht ok also kamarosaurus wo haben wir denn die kamarosaurus her hä wo kommen denn die her kamaro kamaro kamarosaurus sind doch die Gros Brachio 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 nein hier sind doch Brachio wir haben doch Seite B oder ja was sind die was sind die komo toro toro kein Brachio doch 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 haben wir kohle wir haben kohle wir haben sehr viel kohle kamaro galimimus ich glaube ich kaufe mal ein bisschen rein ich kaufe mal ein bisschen rein ok Paraprachio ach komm hauptsache was gut wir kaufen ein bisschen ein wir kaufen ein bisschen ein galimimus ok gut jetzt hat der Dr. Who was zu tun ähm ja kamaros aus ach verkaufen verkaufen gut alles nur noch gut 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 ach wir haben schon Brachio nein Extrakt müssen wir warten gut und der E wartet der E auf ein neues Einsatzgebiet äh ach ne er hat noch und was gibt's hier äh äh ja ja hab ja gerade gemerkt Dödeldu Dödeldubi Dumpideb also ich glaub es wär mal Zeit für ein neues Gehege äh frag mich nur gerade äh äh frag mich nur wo fuhr ich hab mich nicht zuviel nein 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 es hat mich die der der die die Wie sieht eigentlich der, der, ich glaube wir haben genügend Platz oder? Genügend Platz. Ja, wir machen jetzt mal so richtiges, schönes, grosses Gehege. So, von hier bis hier, ist das was? Das wäre doch was, oder? Einfach so mal hier richtig, so ein Viertel, so ein Viertel der Insel einfach mal verbauen. Ne, ich habe eine andere Idee. Wir machen hier wirklich die Viertel der Insel. Ach mir doch. Das machen wir. Ja, ja. Wir können ja immer noch einen Zaun durch die Mitte machen und den trennen. Ne, das ist ja kein, ist ja kein Problem. Na gut. Na gut. Dann würde ich mal sagen, wir beginnen. Er62 akin. An besten... Ah, ich habe jetzt keine Zeit. Die, Indien, da... Ja. Trappe hier, hä? Hier. 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 Ja. Was ist denn? Galdemnimus! minimus! Culge! ja, hier gebe ich jetzt noch das hier und dann alle Krankheiten erforscht Dr. Gwent, was ist? aha aha hey, jetzt läuft's man, jetzt läuft's jetzt läuft's, jetzt läuft's geil, geil, geil juhu hehehe wo wollte ich hin wo wollte ich hin ich glaube wir machen hier, ne? hier, ja, hier jetzt hat er mal den Sattel so, und ich glaube ich glaube wir beginnen mal mit dem Medium Security Fan ja, ok ok jetzt hier hin vielleicht noch ein bisschen Rasse haben dann soo ist das zu groß? nö ist nicht so groß, oder? die Zirpen, die Zirpen glaube es soo jetzt aufpassen jetzt gehen wir mal kurz schauen wo wir hier sind das liegt gigantisch das liegt gigantisch und wir können's immer noch halbieren von daher so jetzt fangen wir hier nochmal an ziehen's runter ziehen's runter ne? gerade nein mensch hat auch nicht so was mit mir schön gerade schön gerade schön gerade schön gerade und natürlich zu machen zu machen hallo ja und hier das machen wir wieder ab einfach zu viel doinki 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 schön ok das ist ja so ein richtiges schön grosses Areal und hier hab ich vor hier machen wir einfach alles hier setzt man die grossen Pflanzenfresser rein hier setzt man die grossen nein hier setzt man nur die grossen Pflanzenfresser und die mittleren Fleischfresser und ich denke diesen oder oder diesen bauen wir aus für die grossen Fleischfresser ich glaube ihr seid sogar klüger wie machen das hier ne? hier die grossen Fleischfresser danach noch ein paar Pflanzenfresser und hier vielleicht so die ganz kleinen hier los ne? ich glaube das ist ein ganz guter Plan was ist denn? das ist interessant ist mir doch echt egal wenn die zu blöde sind nein ich will äh wie der Chef ja was kann ich denn dafür? ich kann nicht mehr als die Masaurier produzieren Bachesaurus ok Extrakt aha äh go to genau alle ok ok wie sie sind alle zufrieden mit uns ok was schon wieder ok jetzt sieht man schon ja ja wir müssen wir müssen wir müssen die die Viecher nein nein das geht zwar nicht nein 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 das geht zwar nicht der ist kollabiert was machen wir da orders revive die ja sie sind wahrscheinlich zu nervös wegen dem fleisch fressen das ist normal go to ok hä Moment jetzt Moment wach doch Extrakt was ist denn HEY 3 Sterne ALTER jetzt gehts los jesus kai ja ich weiß nicht was äh ja gut ja so ich glaube ich auch wenns jetzt verdammt fies der muss ich nicht töten muss kommen ach wenns jetzt verdammt fies ist aber wir machen das jetzt so ähm wir lassen jetzt alle Parasaurolophus und Thorosauri noch in dem Gehege bis sie alle getötet wurden das tut mir leid wenn das passiert aber es ist nun mal so und dann tun wir die doch einfach in das mittere sondern wie das kleinere Gehege ne die sollten doch hier genügend Platz haben Parasaurolophus und die Thorosauri aber doch nicht jetzt oder oder ähm die die müssen wir schon behalten ist das eigentlich ein HIGH HIGH ja das ist ein HIGH was ist denn LOW MEDIUM hm 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 ich glaube er sehr gesünder wobei eigentlich die Pflanzenfresser brauchen eigentlich gar keine Sicherheit einfach nur einen Zaun ein normaler gewöhnlicher Zaun was machen wir mit denen was machen wir mit denen was machen wir mit denen das ist die Frage was machen wir mit denen was ich jetzt vor allem mache ist hier mal den abysern ausschmücken so äh ach Ewing Dome ach so ja Ewing Fend wer ist das so 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 und hier noch schön jetzt haben wir endlich genügend Kohle jetzt können wir machen was wir wollen also meine hier an Dingsbums quatsch so was gibt's denn noch Viewing Dome nein erstmal machen wir das ja ja jetzt wärs das und zwar würd ich euch mal vorstellen an jedem Ecke und vielleicht wärs gar nichts blöd so 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 nein so 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 sehen wir die ganze Zeit dass sie noch durch können nein 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 den mach ich erst wenn wir hier alle die Viewing Domes gemacht haben sonst komm ich mir wieder selbst hinweg ach gut die sind irgendwo ok dann würde ich mal sagen wir machen hier mal ganz grob den Zaun äh den Gehweg den Gehweg den Gehweg den Gehweg nein den Gehweg so 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 immer noch so 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 muss man es nämlich machen dann geht das viel besser viel besser viel besser tausendmal besser außer man hat welchen so einen bluten Weg aber das macht nix denn shit ja jo juhu es läuft 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 mehr als gut es läuft mehr als gut ok wer auch immer mich gerade anquengelt der muss jetzt warten aber ich ich frage mich jetzt mal expende gut weiter was gibts noch Thoros August ist gestorben ok nicht ok aber gut also Leute ich im nächsten Part geht es natürlich weiter wir bauen hier das nächste Gehrege weiter und ja ich würde sagen wenn es gefallen hat Daumen hoch abonnieren bis zum nächsten Part bis denne tschüss